Der österreichische Skiverband, ÖSV, hat sein Aufgebot für den Mixteam-Bewerb am Dienstag, 16.00 Uhr, bekannt gegeben. Katharina Linsberger, Katharina Truppe, Franziska Gritsch sowie bei den Herren Michael Matt, Marco Schwarz und Christian Hirschbühl werden für Österreich das Parallelausscheidungsrennen in Angriff nehmen. Österreich ist mit drei Goldmedaillen Rekordweltmeister in dieser Disziplin, die seit 2005 im WM-Programm ist. Vor zwei Jahren in St. Moritz gewann Frankreich Gold, Österreich war im Viertelfinale gegen Schweden ausgeschieden und belegte den fünften Platz. Werbung Werbung Untertitelung des ZDF für funk, 2017